Okay, du hast mir jetzt 3 Euro donated, um dein gemaltes Bild von deinem Cock zu donaten. Und jetzt bin ich hier, um dir zu sagen, das Bild lädt nicht, Digga. Scheiße, Bruder. Harte Zeit. Noch mehr der Cockguy. Alright, wir haben nochmal den Cockguy, Chap. Das ist die traurigste Paint-Zeichnung, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Bro. Ja, das ist vollkommen normal. Das haben uns auch viele Leute. Das ist so weird, Digga. Ich fühle mich echt unsicher damit und shame mich. Du hast ja auch euren Cock zu donaten. Fuckin' Idiots. Der Gag ist eh nur, dass euer Cock einfach super huge ist. Oh, Gott. Lascht euch einfach, Alter. Oh, nein. Was? 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 In welcher Welt? Was? No way, du. GTS. Was? Oleab? Was? Was? We?